Ja, mein Name ist Uwe Umrichhausen, ich bin aus Bad Berleburg und bin zufällig Mitarbeiter der Sparkasse Wittgenstein, wovor wir sich gerade interviewen. Ja, wie finden Sie denn die Verkehrsverbindung nach Wittgenstein? Ja, die ist schon problematisch, ob nach Süden, Norden, Osten oder Westen. Man muss schon relativ lange fahren, um zur Autobahn zu kommen. Ich denke mal, es wird an einigen Stellen schon zielvoll sein, für Verbesserungen zu sorgen. Ja, was halten Sie denn dann von der Route 750? Speziell die Route 57 ist natürlich wichtig, um Wittgenstein von den wichtigen Gebieten Siegerland und Olpe, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich, zu verbinden. Ich bin ja schon ein Befürworter, dass in diese Richtung etwas passiert. Ja, vielen Dank.